Moin meine Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Nummer 48 Mit der Grodi Joos In der letzten Folge Vom Sturm gewindet Was? Wir gehen nicht zu Alf Wir sind auf Route 31 Oh leider haben wir noch keine Kauter Wo können wir anfangen? Ich bin gleich da Du darfst schauen, oder? Darfst du es Okay, guter 31 Was will das? Da willst du mich verarschen, ne? Ne, ne, das sind die beiden zusammengeführt Ne, das nehme ich nicht mit Ich habe so ein cooles, Digga Ich nehme doch kein Basically unfused Pokémon mit Okay, wollen wir die Regel mal So Regelsachen machen, dass wir Wenn es zweimal das gleiche ist, dass man es skippen darf Du, ja Können wir gerne machen Aber was für du es ein cooles Digga, das ist Flappli Ich liebe Flappli Mit einem kleinen Stein Digga, das andere Logo konnte ich auch nicht mitnehmen Weil du da Müll hast Weil du da Müll hast Jetzt kommt gern was Gutes Da fick dich doch Wir stehen immer cool aus Digga Jetzt sieht das cool aus Alles, was mit Dummisel zu tun hat Ist nicht cool Ja, ich weiß jetzt schon Ich wäre offen gegenüber den Kollegen Ja, wenn du mit dem Pfeil bist Können wir den ins Team nennen Ja, aber doch nicht jetzt Ja, später Ja, dann können wir drüber reden Es ist auf jeden Fall Ein Big Snake Pokémon Wie heißt der Huhn? Äh, Dummisel und Kramchef Kramchef Knelling Kramer Chris, dann nenne ich mal Christoph Nein, der ist in den Himmel gekommen Warte, ich muss die Kürze aus dem Himmel holen Christoph Kramer ist in den Himmel gekommen Ich hoffe ja nicht So, jetzt können wir weitergehen Und wehe, du sagst noch mal was gegen Kleinstein Geowatz ist cool Äh Ich muss kurz gucken, wie Christoph Kramer geschrieben wird Christoph schreibt man ja immer total komisch Was ist da oben? Was muss da hochsurfen? Nichts Cool Chippy ist fast Level 7 und Dingsen Dingsen 97 95 Die kann man skippen Im Glück Fuck, passt Drake Cave So, haben wir irgendwie was Für Licht? Ich glaube nicht Nee Dann ist einfach nur in den Counter holen Ich glaube wir müssen hier drin nicht mehr machen Drake Cave Dark Cave Drake Dark Das ist doch Drake Das ist doch Drake in Ruhe Nee, den mag ich nicht So, Hip-Hop Hol was Ja Achso, ich doch Ja Ja, ich hab Schweiß Lol Was ist das bei dir, Digger? Kabuto, ähm, Elekid Gott, hör doch auf mit Krallgeschrei Der geht eigentlich fit Das muss ich ernsthaft wechseln Weil er zweimal Kalgeschrei gemacht hat Kannst du keinem erzählen Ich finde aber dieser Encounter geht fit Ja Äh, ich muss bleib doch drin Und Level ab Ich brauch auf jeden Fall neue Welle Auch, weil ich hab Ich muss versuchen den zu besprechen Ich werfe nochmal einen Pokéball drauf Und ich muss wieder wechseln Ähm Ich nenn meins Really Weil das an sich Pokémon hab ich immer gedacht Und man spricht es so aus Wie das, was du auf dem Motorrad machst Wir haben noch nie den Firecracker ausprobiert, Digger Warum machen wir das eigentlich? Den kann man nicht werfen Ach ja, schade Er ist endlich drin geblieben Elektro-Wasser Das ist basically LOL Es ist Leuchtturm 2 Leuchtturm ist zurückgekehrt In einer anderen Form Äh, Elektor Ich nimm dich Äh, nächster Encounter ist Vor uns Route 30 Eskala 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 Esk Nee, ich nenne Escape Escape Room Okay Dann muss ich kurz Pokébälle kaufen gehen Sam Ich schaue mir schon mal Route 30 auf Kannst du welche für mich mitkaufen? Gibst du aus? Ja, ja, ja Ich gebe aus Bin ich reich Weiß ich nicht Du hast mehr geläßig Glaube ich Ich hab zwei Wieso hab ich nur 32.000? Auf dem Konto Wieso hab ich nur 32.000 auf dem Konto? Aber ich wünsche ich könnte das irgendwann mal sagen Irgendwann 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 Wenn man im Lotto gewonnen hat Wäre das ziemlich traurig 32.000 ist glaube ich gar nicht so So hart Nicht so hart Ich hab Ich hab das doppelt ungefähr So So Go to 30 Das bist du als erstes rein Niiiii Perfieg dich du Loll Den habe ich schon. Schon. Der könnte wirklich nice werden. Den habe ich schon. Normal Feuer. Den habe ich schon. Mann. Was war der für ein Typ Normal Feuer? Alter. Bring den jetzt um. Okay, hurry. Der heißt Gale. Magic, du kannst du den bekommen. Was ist das? Das ist ein Cotton. Und ein Pummelow. Cotton, wie heißt es auf Deutsch? Waumbull? Ist das einfach Waumbull? Ja. Gras, Vieh. Pottenpuff. Äh. Ich nenn dich. Puffer. Was hatte ich jetzt? Schneckmark und Azure. Bist du Mr. Pokemon? Nö. Bin ich nicht. Ja, das ist Mr. Pokemon. Was macht der? Keine Ahnung. Hat der nicht einen das Ei gegeben? Ja, aber ich glaube nicht, dass wir hier ein Ei kriegen. Wir haben glaube ich schon mal ein Togepi-Ei gekriegt, oder? Kann gut sein, möglich sein. Der hat mir irgendwas erzählt von Arceus. Oder Arceus. 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 Das wäre so viel cooler gewesen, ne? Das hätte ich wahrscheinlich mitnehmen dürfen. Aus welchem Grunde? Was normal ist. Naja, irgendwann später wird es ja eh kein normal Pokemon mehr sein. Bei mir. Jim, der. Loll, dass wir auch so viel cooler gewesen sind. Gibt es hier in den Grunten? Ne. Ditto Glurak. Das ist immer noch gute 30. Ah, ne, Ditto ist glaube ich nicht so geil. Aber Glurak. Ich darf den Müller nicht untersuchen. Fick dich. Okay, so ein anderes Haus. Ohne dass du fragst, dass du rein darfst. Ich kann in den Müller einmal nicht reinschauen. Frechheit. So, hier haben wir wieder einen Counter. Ah, kurz. Ein Wien, oh, Lull. Gib mir dein Kahnemani, ja? Hol dir eins. Wie heißt diese Kackstadt? Warum muss es immer so ein Riesenname sein? Cherry Groove. Was gibt es hier wieder keinen? Lass dich erstmal da machen. Sieh mich so an, es würde hier keine Pokemon geben. Mystic Warder. Dann scheiß auf ihn. Mann. Aber Route 29 können wir ein neues Mond fahren. Ja, lass mich ganz kurz holen gehen. Ich geh schon mal rein. Ja, rein da. Geil, ey. Sarah bist back. Ich bin wieder unten. Boah, diese Musik gibt mir so nostalgische Kicks. Das ist cool. Milzer Tragosso. Grotti. Milzer. Tra. Warte, darfst du es überhaupt... Ich weiß gar nicht. Ist es erst Typ Käfer oder erst Typ Drache bei mir? Aber bei dir ist es Boden. Okay, perfekt. Ja. Angst. Merge, meine Bälle reichen jetzt nicht für den... Das ist sicher schon ein Punkt, man muss... Das ist sicher schon ein Punkt, was Mohaw ist. Drache, Pflanze? Pflanze? Das ist Käfer, Pflanze? Pflanze, Käfer, Käfer, Pflanze. Ich dachte, der war Käfer Gift. Damals haben die noch keine coolen Typenkombination gemacht. Sarah ist back, heißt er. Das ist, glaube ich, das erste, was wir, glaube ich, auf jeden Fall ins Team nehmen können, wenn was stirbt. Ja. Ich glaube, da wären wir uns beide einig. Definitiv. Definitiv. Nein. Aber vielleicht gibt es uns Professor... äh... äh, LOL. Lind. Professor Lind. Äh, ja, Professor Lind, meine ich. Ja. Professor Linden, meinst du? Professor Linden, ja, da liegen sie schon. Lind. Hey. Ist das hier das Stingshaus von Lind? Ja. Imagine, er gibt es der Fuse. Hey, 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 ich habe zwei Orden von Jouto. Waterfall. Äh, die liegen auf dem Tisch. Wow. All of my research... All of my research indicators... That is hiding in it. Müll. Cerulean Cave in Kanto. Müll. Geil. Okay, was ist das für ein Pokémon? Weil, was? There is a discarded starter Pokémon at the bottom of the trash can. Jetzt guck mal nach, was du bei dir hast. Müll? Müll? Ah, bro. Das rechteste war... Das rechte war das Beste bei mir. Ah, bro. Alles Müll. Ich nehme schon mal irgendwie. Das ist das steht... Das steht fest. Was ist das für ein Typ? Äh, Golgantis? Also, ich hoffe, im Verdrache. Ja, damit kein Stein oder Geist sein, glaube ich. Dann nehme ich Mammy. Mammy. Wie nenne ich ihn? Äh, Sean Luke. Wie schreibt man Leighton? Was ist das für Leighton? L-A-Y-T-O-N. Warte, ich schreibe mir das noch auf. LOL. Wenn du mit der redest, dann sag die dir, wie viele Schritte du gemacht hast. Was? Was hattest du? Okoti, Pantimus und, äh, Shiggy. Ich hab neun Sandburgen zu stört. Warte, 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 bevor wir die Statistiken durchgehen. Warte, warte, bitte. Äh, du, 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 du. Äh, ich hatte ein Goldbit. Mit welcher Frau muss ich reden? Äh, im nächsten Haus erst. Das hier? Ja, genau das da. Das große. Mit deinem Mädchen hier? Ja, genau. Du bist ganz so schnell durch. Ich hab nichts gedrückt. Die Speed dann? Ne. Mal. Hä? Hä? Das ist jetzt belastend. Ja gut, dann lass mir das. Ich hab null Dollar an, äh, Clowns gegeben. Warum was denn wir jetzt sind? Nicht hier rechts rum? Ah, wir können da rechts rum gehen, wir können aber auch nochmal ganz kurz zurückgehen. Können wir hier in der Counter holen in dieser Stadt? Oh, lol. Und wenn es hier an den Counter gibt? Wie heißt hier? Neuborg hier, oder? Ja. Ne, ich find nicht. Ach komm, warum willst du in den Städten keine Counter holen? Und jetzt Route 27 gibt's was? Ja, gibt es. Lol. Was ist das da? Clown hier und... Das weiß ich auch. Goldbit. Goldbit? Wollen wir mal ganz kurz? Goldbit? Hm. Wo ist das? Ein Goldbit? Ist halt wirklich ein Goldbit. Ich musste nur kurz mein Fenster schließen. Und jetzt nochmal mit meinem Stuhl. Jetzt wenn ich mich zurücklehnen, geht der scheiß Stuhl nach unten. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Zünd den anderen irgendwann. So. Ich hab sauviele... Dachen Pokémon jetzt bekommen. Bodendrache war da jetzt. Oh. Gengar könnte geil werden. Oh. Es wirst du. Gotti hat ein... Nebula Klosch. Okay. Ebula Klosch. Ebula Klosch. Gars King. Geil. Oh mein Gott, warum? Wo heißt der Gars King? Du musst ihn Arjen nennen. Wir können noch... Ne, ich kann ihn nicht Arjen nennen. Mein Kampf. Ne, kann ich nicht machen. Äh, wir können noch... Mal zurückgehen. Da auch nochmal... Wir können in die Toyo Fälle. Mein Gott, ja. Wenn ich irgendwann mal mit meinem Stuhl funktionieren würde. Okay. Das ist so die beste Folge. Gottis Stuhl funktioniert nicht. Gars King. Du machst jetzt entstehen? Ja. Hm. Fuck, ich hab hier schon... Boah. Den hab ich schon. Oder? Ist mein Pokerball da... Ne, fuck. Ich bin immer noch immer überlegen, wie ich Gars King nenne. Willste Spaß, brauchste Gas. Ja. Den hab ich noch nicht. Fick dich doch. Ne, einfach King. Ich bin ganz kreativ. Muss mich doch in die Toyo Fälle. Nugget. Ja, hab ich schon. Hm. Was denn? Das Pokerball hat grad Metronom eingesetzt. Dann kam Volt Wechsel. Der ist einfach aus dem Bild geflogen. Was ist das jetzt, was du da hast? Äh, ein Quapor und ein Pixi müsste es sein. Wasservieh. Digga, unsere Liste ist einfach so lang mit dem Müll. Puh, mehr zu viel. Pokémon. Also... Und wird's in die Toyo Fälle weiter? Nix. Oder... Ähm... Wie sieht das aus? Ich mein, wir haben noch... Hm. Wir können hier weiter... Ich weiß ja nicht, was hier auf uns wartet. Aber wir haben halt hinten auch noch was, was wir machen. Wo ist hinten? Normalerweise im Game. Ähm, auf Route... Auf der Route vor Neuborg hier. Weil das soll's normalerweise nochmal einen Weg nach oben geben, ne? Wo wir dann zur 8 nach innen laufen könnten. Komm schon, weh ne... Ach du Scheiß, bin ich vorsichtig, den ich hier gekriegt hab. kämpfen will ok hier ist gut der 6 und 4 soll das level 71 vielleicht sind wir nicht mehr ganz hier hoch meinst du nicht gar nicht mehr ganz so wie wir uns haben will er mal was denn er will eine gute 46 nein kramer jetzt habe ich den echten kramer was ist denn noch weil die menschen ich habe ihn jetzt auch kein kramer ist es noch das aria das könnte aus wie voltula wird man jetzt in der runde er hat halt sprung fehler eingesetzt das heißt was macht er ist hochgesprungen deswegen konnte ich keinen ball werfen ich muss ich überlegen was ich mache in der runde barneklepp pokémon ja es ist halt wirklich voltula ich bin so froh dass ich ihn nicht bekommen verstehe ich gar nicht was machst du da gerade ich muss irgendein pokémon kaskade beibringen da hoch zu kommen was das wasserfall das ist ein pokémon da ist ein lol wie er da steht und auf uns wartet köln ja er wurde kurz weil ich hydropumpe für kaskade weg machen kann es ja wieder erlernen ja weil ja hydropumpe ist es eh kein wasser pokémon vom typ her ach so ja dann kannst du es machen dann kannst du es machen eigentlich war das so dass so die fusion aus zwei fucking wasser pokémon hat keinen wassertypen ist möglich stahlboden will er kämpfen danke was für dich gerade hier oben du bist da oben dank gefahren ist noch da wo hat dieses gerettwerk standbild wollen wir den kollegen hier ansprechen in huan ja mal schauen was es wird ich spreche man wir spielen die pokéflöte aber er schläft das ist nicht sonst der fette bastard ja aber der kann auch schlafen jedes pokémon kann schlafen warum braucht man das ja ist nur was man ist du kannst auch im kampf jedes pokémon meines ist weiblich deines ist männlich lol laspa du kannst jedes pokémon was ach so du kannst jedes pokémon mit der mit der flöte aufwecken du fängst den huan für ein wundertausch warum nicht so ich bin gleich drin geblieben sind direkt umgebracht also hier können wir sonst nichts mehr machen oder also können wir normalerweise könnte man hier also kommt man hier noch ganz oben da wo sabrina chill ich glaube die sabrina sabrina leiterin kann man hier nach oben es lockt lol der wär so geil hat es einmal bisschen zufrieden mit dem was wir haben wenn wir das die folge noch machen wollen wir fangen schon mal ein bisschen wie schnell bist du da jetzt gekommen geflogen gesprungen so schnell hattest du schutz oder was ich habe glück anscheinend ein monstein man wie viele monsteine ich schon verbraucht habe in meinem leben zwei ich habe locker vier oder so gebraucht in diesem let's play oder in deinem leben in dem let's play und wir sind hier lang gute 27 hier waren wir schon ich finde schön wir beide zum anderen gehen jetzt ich finde schön dass wir beide einmal kurz rausgeschaut haben und dann zum anderen sind ach so ich dachte das wäre oh mein gott es gibt shinies es gibt eine neue version shinies ja nice das ist genau das pokémon was ich bekommen habe davor oh das ist dann gut dann brauchen wir gar kein gar nichts ändern es gibt shinies ja es gibt mittlerweile shinies das ist krass ich dachte mir vielleicht sind jetzt eine version danach ich glaube ich habe den sogar hs genannt den ersten ich bin dann nach oben gegangen wenn du nach oben du hast du wieder als verschiedene du wolltest doch hierhin ja ich bin dann nach oben gegangen wenn du nach oben du hast du gesagt route 27 hier waren wir schon deswegen bin ich da weggegangen 20 ich gehe jetzt hier lang ja genau da kommt gleich noch mal in hell was gibt es hier auf surfer auf der brücke und bekomme ein pokémon was mich angreift ja okay das ist einfach ein shortcut den wollen wir natürlich nicht nehmen dann kannst du auch so nehmen ich bin jetzt an der gleichen stelle wie sieht er denn aus ich will doch einfach nur zurück du bist cool gewesen aber nur wärst cool gewesen ich glaube ich bin an einem ort an dem ich nicht sein sollte ich glaube du bist gute 22 jetzt können wir richtig durchstarten 22 hier ist es der ganze anfang da wo der kampf gegen links ist er läuft aufs wasser er ist jesus alter er ist jesus hier waren wir nicht lollik ich dachte wir haben schon gewissen ich bin mir passt wir keine gute gucken die an er ist jesus jetzt aufs wasser gelaufen aber schon reingehen soja geraten hat wie wichtig wie wichtig gute 22 nur die zubats wieder lol lol das ist level 5 das kann gut werden aber was so bist du eigentlich ganz gelaufen nach oben nach rechts nach rechts und dann nach unten da kommt die pokémon league glaube ich irgendwie nicht ich glaube hier waren wir schon mal weil hier durfte man nicht weiter oder aber die kann ja gar nicht doch ich sehe nicht dass wir hier auf gute 22 aber das ist doch joto hier joto und kanto liegen genau nebeneinander wir sind also dann habe ich einfach ein wunderttausch ja wir sind hier in betania city weil ich glaube wir haben jetzt die joto region ich glaube wir haben die joto region jetzt so ziemlich durch es gibt zwei arena leiter ja der rest ist auch der rest sollte auf den inseln sein inseln achso die unter uns liegen ja genau ja warte ich geh kurz warte ich geh mal ja er heißt hs hs kann weg dafür dass shiny mon wir müssen das shiny nehmen machen, wir müssen hs erziehen Mit wem ist es überhaupt... mit wem war der überhaupt? Ich glaube mit Quapo... Fixie Letak... ja... ist es Wie fliegen wir da jetzt hin? Ich glaube man kann da oben nicht hin zu den Städten Weil hier sind wir von Neuborg ja nicht nach oben gekommen und hier kann man glaube ich auch... Viola City... können wir von Viola City nach links oder nach oben gehen? Ich glaube nicht, dass es nach oben geht, wir können es mal probieren, ne? Ich check es mal ab Ich glaube nicht, dass es hier noch weiter geht Warum haben wir nicht die Redner hier nicht gemacht? Die normale Reinerleiterin In wo? Hier steht noch ein Mogelbaum Ja, lass mal mit dem Mogelbaum reden Ja, ich komm da nicht ran Das ist nur hier Das passiert auch nicht, wir brauchen die Schickikanne dafür Schickikanne Wie viel Schatten kann gibt es? Wo bist du überhaupt gerade? Ich bin auf der anderen Seite Und nach rechts gegangen? Ne, ich bin da in der anderen Stadt nach oben Äh, bei Goldenrod Goldenrod Ja Wo ist Goldenrod? Ja, ja Vielleicht längs Ja, vielleicht kommen wir dann doch mal nach oben Ja, vielleicht kommen wir dann doch mal nach oben Und hier dann nach oben, oder wie? Ja, aber da geht es ja auch nicht weiter Wir kommen auch nicht an Mogelbaum Wir brauchen Aber die... Die Arena Mainzer haben wir noch nicht gemacht Die haben wir nicht gemacht, ne? Dann machen wir die nächste Folge Vielleicht ist die auch gar nicht hier Ja Das können wir dann auch Weil wir sind jetzt bei 32 Minuten Wenn wir die 5 Minuten rauskatten Ja, dann passt das War das deine Folge, oder Mane? Alles gar nicht Deine Ah, dann war es das mit der Folge Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da Schaut beim Groddy vorbei Bis zum nächsten Mal und tschüss